...Gestall und Verzweißen, und die Neue davon abzahlen, sein Witterkämpf! Und ihn selbst! Er hat das überkraftet! Schön, sowas zu hören. Davon könnte nicht mal ein Hamster überleben! Jens hat erzählt, sein altes Regiment hatte Marmelade! Lass mich auch, Gerd! Was? 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 Oh, oh, oh. Los ist! Los ist! Leicht die Gnall abgefeiert! Verrückt ist einer von denen! Habt ihn verloren! Habt noch tollen euch! Die Antwort! Die Gnall von denen! Die Gnall der Gnall! Die Gnall der Gnall! Achtung! Mach da auf! Mach da auf! Mach da runter! Alter! Hier, werfen wir die Gnall! Die Gnall! Ich bin der Gnall! Ich bin der Gnall. Ich bin der Gnall der Gnall! Vielen Dank.